Wir möchten Sie herzlich willkommen heißen hier in Köln auf der Messe Farbe. Treten Sie ein in unsere Vineo World. Im Januar dieses Jahres durften wir unsere neue Dachmarke Vineo vorstellen. Rekrutiert sich aus WI für Windmüller und Neo für Neu, Windmüller Neu. Dem Maler, also Ihnen bekannt ist sicherlich die Marke Vitex, stellvertretend für Laminatfußböden. Also die Vitex wurde 1978 von mir gegründet, mit dem Hintergrund als Hauptzulieferant für die Möbelindustrie zu dienen. Also Beschichtungen auf Spanplatten und MDF. Da ist 1990 das Laminat entstanden, so wie es heute weltweit am Markt bekannt ist. Also das kommt aus dem Hause Vitex. Und wir haben es eigentlich immer so gehalten, dass wir immer etwas machen, was die anderen noch nicht haben. Das ist unsere Stärke. Wir werden ab diesem Jahr vier attraktive Gattungen, die sehr maleraffin sind, anbieten. Neben dem bekannten Laminatfußboden werden wir Designbelege, speziell auch zum Klicken, anbieten. An der Stelle sind wir Marktführer seit 2009. Darüber hinaus haben wir Multilayer-Belege im Sortiment und ein absolutes Ökoprodukt zur festen Verklebung mit dem Produkt Purline. Warum sind unsere Bodenbelege so attraktiv für das Malerhandwerk? Natürlich in erster Linie bieten wir ein breites Spektrum an Bodenbelegen, die eigentlich ideal einsetzbar sind für den Bereich. Gerade wenn es um das Renovierungsthema geht, habe ich eigentlich das ideale Sortiment in der Hand, um dem Malerkunden wiederum etwas Optimales darzustellen. Dazu kommt natürlich die Sicherheit der Produkte, bauaufsichtliche Zulassung ist gang und gäbe heute, ist Pflicht. Unter anderem haben wir auch den Blauen Engel für unser neues Produkt Purline Eco bekommen, sind Mitglied im DEGNB geworden. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Zusätzlich bieten wir Schulungen in-house sowie extern an für alle unsere Kunden, sodass das komplette Service-Paket damit rund ist, vom Produkt über Service bis hin zu unserem Malerkunden. Und ich denke, da können alle am Ende des Tages von profitieren. Im Bereich der Designbelege ist für den Maler einfach auch eine hohe Marge drin und eine hohe Attraktivität. Wir, damals noch als Windmöller Floring, sind der erste Anbieter, der in 2009 diese Belege als Connect-Belege angeboten hat. Das heißt, wir reden hier von hochwertigen Designbelegen, 5 mm stark, mit einer Klick-Verbindung, wie man das aus dem Laminatbereich kennt, mit einem Maximum an Sicherheit. Diese Belege allgemein eignen sich außergewöhnlich gut für den Einsatz im Feuchtraum. Das heißt, Badezimmer, Küche ist überhaupt kein Problem. Wir sind an der Stelle mittlerweile Marktführer, haben ganz top aktuell unsere neue King-Size-Kollektion dem Markt präsentiert. Die King-Size zeichnet sich durch außergewöhnlich große Plankenformate aus und es sei erwähnt, sie sind besonders attraktiv, da wir da zwölf supertrendige Holzstrukturen bieten. Wenn man den Vergleich ziehen möchte von Designbelegen zu Holzwerkstoffen, sei hier erwähnt, dass sich diese Connect-Belege durch eine unglaublich einfache Verlegung auszeichnen. Sie sind leise, das heißt, ich brauche keine Säge, um dieses Material zu verarbeiten. Sie sind sauber, da ich das Material nur mit einem Cutter oder Teppichmesser schneiden und brechen kann. Das heißt, auch Übernachtsanierungen, zum Beispiel, wenn erforderlich, sind ohne Probleme machbar. Der Maler findet unsere Produkte eigentlich im kompletten Handel, wo er bisher seine Produkte auch bezogen hat. Da besonders in dem Malerfach- oder Maler-Großhandel und von daher wird er da auch ab sofort die Marke wie Neo an allen Verkaufsstellen finden.